Ich hatte ja vorher schon eine große Anzahl von Anschlägen der RAF erlebt und war als Justizminister jeweils in irgendeiner Weise, aber meistens intensiv beteiligt. Das galt etwa für die Ermordung von dem Generalbundesanwalt Buwak, der mir ja unmittelbar zugeordnet war. Da lege ich übrigens Wert darauf, dass immer auch die Namen der beiden genannt werden, die mit ihm ermordet wurden. Das eine war sein Fahrer Göbel und das andere war der Herr Wurster, der Leiter der Fahrbereitschaft. Es ist, glaube ich, schon notwendig, dass auch deren Namen nicht in Vergessenheit geraten. Ja, und dann war der nächste Anschlag, der einen ganz neuen Charakter entfaltete, die Entführung der Landshut, die von einer spanischen Urlaubsinsel entführt wurde und zunächst nach Rom. Ich war am Tag der Entführung in Lissabon, weil ich dort einen schon lange vorgesehenen Besuch bei meinem dortigen Kollegen gemacht habe, bin aber sofort zurückgekehrt und habe dann auch schon erlebt, dass wir uns bemüht haben, dass die italienische Regierung, insbesondere der Innenminister, das Flugzeug dort festhält. Das hat er aber nicht getan. Es flog als nächste Station nach Dubai. Da waren Verhandlungen, die schon Wischniewski führte, die einen Moment aussichtsreich erschienen. Und dann ging der Flug weiter nach Aden, wo dann der Pilot ermordet wurde. Er stieg aus selber und ging um das Flugzeug rum und wurde ermordet. In diesem Zeitpunkt war schon die Entscheidung gefallen von Helmut Schmidt nach Beratung im großen Krisenstab und auch im kleinen Krisenrunde, dass die GSG 9 eingesetzt werden soll, um auf diese Weise die Geiseln zu befreien. Nein, das war eine Entscheidung, die mir gegenüber Helmut Schmidt den Respekt, den ich schon hatte, noch sehr vergrößert hat. Denn es war eine Entscheidung, bei der nicht vorauszusehen war, dass wirklich alle gerettet werden würden. Es hätten auch alle ihr Leben verlieren können und Helmut Schmidt hat ja für den Fall auch schon seinen Rücktritt in Aussicht gestellt. Aber es war einmütig, diese Entscheidung. Im Übrigen, die GSG 9 ist entstanden als eine Folge des Anschlags während der Olympischen Spiele auf die israelische Mannschaft. Es gab keine genügend trainierten Kräfte, die auf solche Ereignisse eingestellt waren in der Polizei. Und Herr Wegener und die GSG 9, die nahmen von da an ihren Anlauf und ihren Ursprung. Es gab dann Informationen aus unterschiedlichen Quellen. Sie waren wahrscheinlich nicht 100 Prozent umfassend und realistisch. Aber wir wussten, dass die Bemühungen in Dubai gescheitert sind. Wir wussten, dass es in Aden die Ermordung gab und dass die dortige Regierung sich sehr zurückgehalten hat. Das wussten wir, wie das im Einzelnen ablief. Das wussten wir nicht. Das Neue war, dass nicht nur einer entführt wurde wie der Schleier, sondern dass an die 90 Männer und Frauen entführt wurden. Und das war natürlich eine ganz andere Dimension. Außerdem haben sich die Dinge dann nicht in der Bundesrepublik in der damaligen abgespielt, sondern Europa und, wenn man so will, dann schon afrikaweit. Das war ein ganz gravierender Unterschied. Das hat übrigens auch die Arbeit von Wisniewski so wichtig gemacht. Denn Wisniewski hat die Vereinbarung mit dem damaligen somalischen Präsidenten, Bache hieß der, glaube ich, zustande gebracht. Und das war eine tüchtige Arbeit, dass der sagte, gut, ihr könnt hier eingreifen und wir halten uns raus. Und das war eine tüchtige Arbeit von Wisniewski.